Ich grüße dich, hier ist Aki Hoffmann. Ich bin heute an einem ganz besonderen Platz, nämlich in der Natur. Und ich habe mir mein E-Piano mitgenommen, das steht hier unten, mit einer Decke auf dem Boden. Da hinten seht ihr Kühe, Gras, Berge und wenn man einen Blick nach oben schauen wollte. Hoffentlich wird es euch nicht schlecht. Mitten in den Bäumen die Sonne zwitschert wie die Vögel mir in die Ohren. Zwitschert mir die Sonne zwischen den Ästen ein bisschen auf den Kopf. Ja, ich lasse mich inspirieren von der Natur. Ich lasse mich inspirieren von dem Klänge der Musik und mal schauen was da rauskommt. Ein Stück habe ich schon improvisiert. Ich wünsche euch wie immer viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020